diese Nacht wurde es nicht ja gut hast du eigentlich noch Dreck ich hab noch mit meine Pfeile so für die erste einmal doch Dreck Scheiße da müssen wir gleich mal treten Dreck wollten wir den nicht die Berge hinter unserem Haus weg machen ja oder wirklich nicht weil du doch dort die Gehege für die Tiere machen wollte ich die worden das gewesen Prozent Prozent ich gehe nun mit was ist ich wie ich in Schaufeln und komme erst wieder wenn alle weg sind Prozent hier kannst du Arbeiten hinterm Haus den kompletten Berg runter machen wäre ich ja du wolltest doch eh Holz fahren äh Erde fahren würde ich aber woanders machen naja wir wollten den eh weg haben also das ist jetzt zwar keine interessante Arbeit jetzt aber das muss es mal sein Minecraft ja ja ähm m erst mal fette Steak reingehauen das war hier wieder Kalorien oder Kalorien meine ich jetzt tut mir leid Kalorien Kalorien in den Körper reingeschmissen wer hat jetzt schon wieder ah ok 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 nein was geht's jetzt nein die geht's kein äh gut vielleicht war ich es ja wirklich ein Hündchen ein kleines sie spricht der zweite ja die Mucke passte gerade perfekt warum ja weil das gerade so Mucke war mäßig was habt ihr eigentlich für ein Problem äh wer naja der immer hier Holz hinstellt das geht noch weiter bis hinter das kommt vielleicht noch zwei Felder bei jedem Feld hin so heute ist es wieder eine relativ kleinere Ausnahmesession nur eine Stunde oder so weil wir nehmen zweimal pro Woche eigentlich auch aufgestern mussten haben wir ja leider ein bisschen verkackt mit Aufnahme ja äh unten nichts mit unten wie weit denn noch eigentlich hier na bei das bei jedem vier mal sechs Glöcke sind also bei jeder jeder Abschnitt äh vier Stück ähm ok also muss bei jedem Feld wie hier das ist ein Feld direkt und das ist ein Feld also müssen jetzt noch bei jedem zwei dran also hier nach unten noch welche nach oben naja ich meine hier hier lang welche noch ja nach hinten ok keine Ahnung und ja wenn wir wollen können wir ja mal wieder eine Adventure Map machen ach oder Survival eins und beiden aber ich bin für Survival ich mag Adventure nicht Survival ja das wäre auch kein Problem zu machen wohl glaube ich mal ein bisschen Dschungel Dschungel Holz ohne Schöre äh ohne Schaufel äh ohne Axt ohne Schaufel mit Holz ja Holzschaufel lassen wir es mal heute mit denen reden ok Jaden danke Jaden der redet schon wieder ah hier ist die Höhle der redet sich äh schon wieder mit sich selber wie immer und ewig falls wir Gold brauchen oder so ich kenne ich kenne diese Höhle Goldeisen Redstone Aua Goldeisen Redstone Aua genau diese Höhle geht richtig fett weit nach unten ach verdammt halbes Ding hier gemacht ja oh ich will mal wieder einen Spawner finden vielleicht ist er noch eine Schallplatte ich finde die Trollface der ist nämlich Schallplatten verrückt ich will nur meine Lieblingsschallplatte haben und meine zweitlieblingsschallplatte die eine ist die Kiffer Musik Titel keine Ahnung wie dich heißt aber ein mieser Pack ist sie so bunt spielst du grad mit dem mieser Pack ja oh gut spiel grad mit dem Let's Play Pack oh Krons Bekloppt Song kommt grad ich hab grad ein Schaf mit Weidebruch geschlagen ich hab's auch falsch weil es so schön war sing mal jetzt alle eine Runde Bekloppt 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 Ich will Bekloppt 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 tata Bekloppt 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 Kloppt Kloppt Komm wir machen da mal was aus Aus dem Bekloppt song Nein Nein fass We covern den Ja Nö Oh das dauert jetzt gleich mal eine kleine weile das hier auszufüllen und wenn ihr jetzt grad vorm rechner sitzt dann sinkt doch mit wenn ich mit jetzt die sollten alleine sind ich hab grad irgendwie überhaupt nichts zu tun für die hast du jetzt doch ein bisschen holz und holz mit holz aber ich war drückt ich vermehren die kühlen was du mal trägt mal trägt mal zurück wir mal schnell trägt Dankeschön Dankeschön ich hab jetzt sehr viel Treck ich hab die Tochter du hast Dreck am Stecken oder was ist das hier die Höhle die Höhle langsam nervt ich hab die Höhle die Höhle er hat gut gesungen jetzt ich mach mal die schallplatte an oder adventure map ist da also so eine survival map ist was schönes was machen wir der was machen was war das ich mache jetzt mal am besten die zöllen portal oder ja willst du das gießen ja das will ich lieben das will ich gerne mitmachen weil das ist immer eine wissenschaft für sich auch so das geht doch nur ein aber für die zuschauer ist es immer wie das geht so schön mit anzuschauen hast du noch einmal ich habe ein eimer ja weil ich will das gerne mit zwei eimann machen mit einem ist das nicht ganz so gut was brauchst du denn ein eimer ja ich habe einen eimer baue das schnell hier ab und dann wollte ich es liefen klatsch noch unser letzter holz spitzvackel weg warum seid ihr so ruhig redet ja nee weil wir hatten gerade hier ich bekomme angst wenn ihr nicht redet es könnte nämlich heißen dass ihr mich erschrecken wollt so wo bist du mir nach bei der lavakelle bei der erntemaschine ja für die wir wollten ein klein auch du solltest reinfliegen du bist ich wollte eigentlich sehen ob das unten ankommt das wasser heute das mal ganz kurz die bild schauen ob das wasser weg ist ja das wasser weg also geht's so so jetzt müssen wir noch ein feld nach hinten ich bereite doch schon mal was vor ja jetzt ist bisschen dunkel bei euch also ja noch ein feld also sechs also sagen wir noch sieben und dann müssen wir das sowieso der natur noch anpassen also abrunden halt das ist so ja gut ja da das war ja der witz dass da gar kein witz drin war das hat den eimer glaub ich gar nicht geledert oder doch den hat grad geledert den eimer den creeper wollte ich doch gar nicht töten und nö da sind ja genug versuchsobjekte also du und deine tierexperimente ach f*** euch hallo wenn die creeper ein creeper grad zwei andere creeper hin in die luft jagt was für ein taliban hast wieder ein paar freunde philly du hast du sonst keine das ist nicht gewiesen wo ist denn es alter es wird auch mal für ein jane zu viel double ender mann double creeper oh der hat er die grad okay nach nach drei nach zwei creepern drei spinnen und ein skelett wurde wurde mir die eine spinne dann doch noch zu viel äh ich würde sagen entweder schlafen wir jetzt oder nicht nein ich muss das zeug wiederholen also philly du bist wieder so leise muss ich erstmal schon mal sagen hinter dir mittag ich weiß ihr habt es gesehen ich würde erstmal sagen wir gehen ins pen ich muss mein zeug wiederholen du hast du dir das schlafen du hast es gesehen ich muss den schlafen ich muss doch mal sagen ich muss doch sich immer sagen du hast dich On ich muss doch aber cool so wie mehr mal schnell gucken und da gehen wir mal ich habe angst vor den skeletten blieb holst du das zeug ich komme und dann es was wir mal wieder weiter bauen könnten dieses haus hier oben also unsere bauern haus fertig ja und die ein richtung ich bin zu viele okay ne entwicklung können wir jetzt oder nicht wird auch ein klub Schöne, wenn die auch. So. Ja, jetzt verfolgt sie mich. Geh zum Skelett mal. Und? Ach, du Fichser. Alter, der hat alles erlaubt. Lass uns gehen. Ich mag die nicht mehr. Ich spiel nicht mehr mit denen. Ich geh nur noch töten. Ich will nicht mehr Ruhe, Biaz. Nein. Ah, Mami. Dane, du, Hilfe. Wo bist du? Am Haus Wollten wir jetzt pennen oder ne? Kann man ja ganz schnell hierher kommen Das will ich sehen, das will ich sehen Ich find das nicht Oh wie viele, wie viele Ich will schnell ein neues Schwert machen Oh man Und ich geh mal was essen Hol den Popcorn Hol den Popcorn Hol den Popcorn Hol das Herz Oh Ehhh Ehhh Chadon? Jetzt noch nicht rauch Na ne rausgehen noch nicht Zu viele Leute Zu viele Monster ganz ehrlich gesagt Wir gehen oben in den Ausgang Es gibt oben in den Ausgang Es gibt oben einen Ausgang ja You're animo Oh 4 Philips 2 Oh Oh Creeper Nein Oh Oh Scheiss Ja genau Jetzt wird's Tag Fuck Das Creeper So Nein Das Skelett lassen Das Skelett lassen Okay Oh Oh Ja Oh 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 Oh